hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge hier im polnischen chaos ja wir sind fertig mit dem dünn gewesen wie das funktioniert hier ein bisschen stehen hier sind dobre christoph hallo kollega ich habe von kowalski die rechnung gekriegt für 38.000 und von dir auch weil ihr doppelt absacken oder was na wieso wer das los war es gern auch so ein scheiß gesagt ja ich habe von kowalski eine rechnung bezahlt 38.000 maschinen und so ein zeug und von dir haben auch eine rechnung von 38.000 genau und jetzt problem wo ja ich habe schon bezahlt ich bezahle keine zweimal ja maschinenverkauf ja ich habe doch nichts mit maschinen verkauft zu tun aber ich habe von denen rechnen bekommen ja warum ist das so ja keine ahnung was ihr dafür in der buchhaltung macht doppelte buchhaltung immer so war kowalski wieder bei mir in den bücher oder was keine ahnung was ihr da war oder wollte mich beide abzocken oder was man aber sie doch nicht hier so machen das machen wenig aber auch kowalski um kurz vor 11 38.000 bewiesen und von dir habe ich auch eine rechnung ja gut müssen wir so machen du musst bezahlen weil über system nicht anders machbar und ich mache mache wieder über über sticht wieder das kann ich nicht dass das muss erst du bezahlen und dann muss ich zurück überweisen nein 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 ich ehrliche haut hast du schon mal gesehen dass ich habe gemacht habe bei dir also ich habe keine chance zu kontrollieren probier das kommt nicht zurück wer tschüss naja ich bin weg weil du musst mir zwei drei minuten geben system ist hier bei mir auf hof nicht so schnell und noch was ich brauche kühe wer macht das ja das weiß ich nicht musst du maschinen holkar fragen ach die bürgermeisterin ja muss die mal fragen wer hier was gemacht die hat doch da hier die von action sieht das doch die kriegt doch alles mit oder wollte ich dieser hat die und viel wagen da war keine vier handel musste entweder aus dem nachbahrort holen oder auch bringen lassen irgendwie so okay aber viel wagen verkaufte oder ich bin doch kein fahrzeughändler musikowalski aber ich habe doch zwei er hat eine werkstatt und handel und der handel so genau werkstatt und fahrzeuge handel diese seine ach so ist beides geworden sei erst geschäftsführer nur von den beiden ist mein mietarbeiter aber er ist geschäftsführer da und ich bin laden genau ist mein laden aber ich habe hier geschäftsführer für landhandel und hier unternehmen so haben wir uns das aufgeteilt also aber ich muss kowalski immer bezahlen aber kriegt auch immer später weil immer kundschaft zu spät bezahlt naja ok also kriegt durch kowalski gefahren und vier vier anhänger zu kriegen so ist das okay alles klar ja gut dann guckst du weiter geld gibt es gleich ja ja ich warte ok so wie ist das wo war ich stehen geblieben hier von wegen hier düngerstreuten genau so war das ich habe dünger gestreut bin fertig geguckt einfach mal auf trecke ob wir hier noch was anderes haben ach so ich muss gleich noch zurück überweisen gesagt mache ich was haben wir denn hier schönes ernten was ist das kartoffeln können wir mal kartoffeln ernten müssen wir aber leider ausleihen die die maschine nicht kann ich nicht machen wir machen eben hier 38.000 zurück machen wir eine rechnung vom bearbeitungsgebühr genau das machen wir so neue rechnung hier auf hof geier und dann hier ganz unten zusätzliche costing bearbeitungsgebühr das machen wir 50 euro dann hat sich das wissen aber ist halt so für den gag da und wir müssen auch was machen so rechnung stellen und dann muss ich nochmal anrufen hier sehr ganz viele rechnungen muss alle noch bezahlen wir rufen einfach mal an hallo ja so rebe hier ja ja du dein geld ist immer noch nicht da doch ist da mein ist nicht da doch ist da doch stimmt jetzt ist da sag ich doch ist da aber andere geld ist noch nicht da ja genau da fehlt noch was ja ich würde noch ein paar rechnungen über muss auch noch alles zahlen ja ja die zahlen wenn du mir das geld zurückgezahlt habe ich doch gemacht ja 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 ich bezahle jetzt moment also viel hier jetzt ja einiges mache ich immer rechnung einzeln für alle posten einfach alles überweisen ohne nachdenken ohne zu lesen was das ist haha das finde ich gut ja ja das ich weiß ja was du was das war aha was ja bei mir dünger und kalk geliefert und so ein kram genau dann muss ich teleskop da hin und her fahren extra machen ja ja und das waren die 50 euro oder was nein das ist was anderes das ist ein geschenk ja was soll das denn ja für die 38.000 euro zurückbuchen ich habe gesagt dauert zwei minuten länger das ist nicht unser fehler nein 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 die bezahl ich nicht das ist euer kacke ich bezahle und das boppelt hier hallo hast du keine 50 euro für mich hast du keine 100 für mich dann machen wir halbe halbe was soll ich halbe halbe machen für 100 euro dann kriegst du 50 zurück ist doch halbe halbe nein doch das ist ein gutes geschäft nein ein gutes geschäft für dich aber nicht für mich ja ihr habt doch scheiße geworden ich muss doch nicht euer fehler ausbauen oder eure bezahlung ausbauen hallo ich habe mit banken probleme ich habe kredit und so und die sagen du musst immer 50 euro nehmen für überweisung ich hab ich ja überall überall betriebe weltweit die sind überall hängen wir die kur die banken auf den sack und hier schmeiß ich damit gerne wo ich geld verdienen über den polen zahl ich jetzt 50 euro überweisungsgebühren ich glaube ihr habt eine wahl ich habe gerade telefonen ich muss weiter war die schlussig 50 euro ich glaube die rechnung wird immer offen stehen wird nur diskussionsthema werden wir wir wollten genau ich habe auftrag genommen ich muss zum kowalski feiern beziehungsweise kowalski sowieso anrufen wollte ich ja gerade mal machen eben ja chefchen ja chefchen finde ich immer gut kowalski sind maschinen schon eingetroffen für kartoffelernte weißt du da was von ja ich habe rübenrode ein trecker und eine anhänger bestellt ist da schon was auf deinem hof angekommen ja achso geht schon am händler ähm wir müssen mal mit der stadt sprechen ähm äh weil die bank hat gesagt wir müssen immer bearbeitungsgebühren machen wenn wir irgendwo geld überweisen ja immer 50 euro machen wir überweisungsgebühr ja dann müssen wir auch für geier weitergeben immer 50 euro achso ja gut dann auch wenn er meins nicht bezahlen will wir müssen ihm das noch verklickern dass das so so ist weil ich kriege jetzt von der bank gesagt und ich muss machen genau und 50 euro plus 50 euro sind 100 euro und dann irgendwann verlieren ja ja die stehen bei mir am händler sind schon da ja dann komme ich mal eben rüber geheizt mit meinen schicken ist das hier fort ein schön fort hier 123 was hast du einen auftrag angenommen mit kartoffelernt oder ja der bauer hat angerufen hat gesagt ist ganz wichtig und da habe gesagt dann habe ich rübenrode an der kartoffelrode bestellt und deswegen dann komme ich vorbei ja holen holt vom hof runter und dann gucken wir weiter ja ja was ist mit die zeit weißt du da was von womit mit markt da was damit der ob die zeit hat weißt du das du bist doch bei mir paar sachen bestellt mit krass ernte ich weiß nicht ob die in der krass ernte ist auch da hatte ich zu tun wenn die sowas bestellt dann hat die nichts zeit ja gut okay dann muss ich das alleine machen ja wir sehen uns gut bis später tschüss so dann müssen wir uns das alleine holen dieses auto so leise von innen weil wenn ich nach außen schalte also laufen tut aber sehr leise wenn wir innen kann sicht habe ich fühle ganz leise ich wollte gerade mal da ich wollte gerade anrufen servus war gedanken übertragen ja so gut ich hatte gerade schon gut ja ja ich wollte dich auch anrufen hast du viel arbeit oder ja die kartoffelernte steht an wenn so 22 kunden oder drei und die müssen ein bisschen abarbeiten eine große feld da schon kartoffelrode bestellt steht beim kowalski und hol ich grad ab kannst du hinkommen und wecker und anhänger abholen und dann können wir zusammen machen ja mache 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 ok gleich unterwegs kein problem was ist eigentlich von der stadt mit blitzer los ist kaputt oder wie er kaputt habe ich zurückgeschickt können wir richtig können wir richtig gas geben wieder ja das ist müll cool weiß der weiß der geil aber auch nicht ja ich glaube der hat das auch nicht gesehen dass da blitzer steht nicht gesehen die sind blind auf tomaten auf augen entschuldige nicht auf tomaten auf augen ja ist ein anstrenger der sieht ja kurwa was ist hier los er sieht nur geld was ist das für große maschine mein gott da muss ich jetzt erst mal hier platz schaffen keine platz oder wie doch doch platz schon aber halt alles so viel ja nicht so viel bestellt nein so große maschine große große maschine ist gut wer hat hier häxler bestellt wir haben doch häxler schon so ja ich kann ich euch unterstützen und für meine wiese auch später dann muss ich fragen wenn dieser komische landstreicher wieder was will dann hast du keine zeit dann muss ich mein feld runterkriegen das alles doof ja ja wenn du viel arbeit hast dann können wir auch für die biogasanlage ja richtig ackern mit zwei häxler arbeiten da ist ja richtig was fordern ja klar das habe ich ja so gedacht erstens kann ich meine fälle machen und zweitens kann ich dir helfen dann geht was fahren ich hänge schon mal trecker und anhänger zusammen für dich ne ja brauche ich auch noch einen trecker oder ist mitgeliefert worden die haben gesagt jetzt hier kombinationspaket große schöne wald rein weiß ja ja ist immer gute arbeit oder gute fahrzeuge hier auf meine feld nach rein zwei bahnen fahren und dann bin ich unterwegs ja alles da ich war schon mal zum feld weil ich hole geschwind steine runter ja dauert ja auch bis ich voll bin ja ja was ich fragen wollte ja wenn ich meine felder angesäht habe hättest du luft zum kalken und düngen ja bestimmt habe ich da noch zu heute wird sie nicht mehr heute nicht mehr aber morgen irgendwann im laufe des tages so ab ab mittag glaube ich ja ja es wird noch ein bisschen dauert 40 wo ist denn feld 40 das muss doch beim geier irgendwo da sein oder wo ist das 40 40 ah no das ist hier mitten auf mitten mitten drin muss ich ja beim geier her fahren und dann links ab ja beim geier und dann links ab ja wie gesagt da da kommst du ja hin siehst das ja ja alles gleich war schon mal los ja wohl im kleinen geschoss ja wohl ich später ja auch bis später tschau dabei ist das große das geschoss und dann kommen ja noch 5000 autos hier aber muss noch ein bisschen mehr ausholen ich glaube sonst habe ich probleme ja und macht ja nichts ich kann sowieso nicht auf straße fahren bei einer 5000 autos kommen warst du der letzte ja warst du aber ich würde sagen lieber dann das nächste feld hier beginnen zu ernten das sehen wir in der nächsten folge lasst schön like und abo da auch beim chaos farming der auch mit aufnimmt macht dort auch ein like und abo und wir sehen uns bis nächsten part bis dahin euer dakar von schau